Musik Die Geschichte eines Mädchens und eines Jungen. Für mich ist es vor allem immer in schwierigen Situationen zeigt sich das, also dass man dann zusammenhält. Weißt du, ich lehne mich ständig für dich aus dem Fenster und du warst nur Mist, aber das ist vermutlich auch gut so, weil es da nichts mehr gibt, was du tun oder sagen könntest, was mich überraschen würde. Sie hasste ihn und liebte ihn zur gleichen Zeit. Er hasste sie und liebte sie zur gleichen Zeit. Auf dem zusammensteht und dem anderen auch Fehler verzeiht. Mario Götze macht das 1 zu 0! Die Flanke auf den kleinen Wunderzwerg! So gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen zurück. So gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen zurück. So gehen die Leuchten, die Gauchos, die gehen zurück. Eine Sommerliebe oder die Geschichte der einzigen Wagen? Der Scheißdreck! Weibmeister sind wir, die Pott haben wir. Deine Scheiße, goldene Schuhe kannst du hinter den Horn schmieren. Ich bin Spanner. Ich bekomme einen Jungen. Das ist nicht so selbstverständlich. Ich habe es mal als selbstverständlich angesehen. Und so verliebte sich der Löwe in das Lamm. In historisch, die Liebe auf dem Hause Discoveren nach Doktor redu cousin- Das ist nicht so selbstverständlich. Das ist nicht so selbstverständlich.